Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together. Wir schmeißen jetzt die Quarry an. Take it light und dem Klaas. Hallo zusammen. Musik fehlt. Pass auf, ich raue jetzt hier mal die... oder zum Tutschern. Ah ja, saug es. Saug es rüber. Ich habe da nur Potatoes und ich habe keinen Hunger. Kannst du mir die goldenen Rohre wiedergeben? Gieß sie über mich. Komm, pump, Bitch. Die müssen nicht gekühlt werden, oder? Nicht so wie die... wie hießen die anderen? Die Compustion Enchins. Die sind nicht schneller und müssen mit Lava und noch Wasser gekühlt werden. Also, mit Lava betrieben und mit Wasser gekühlt. Das ist doppelter Aufwand für weniger Energie. Nein. Und die bringen mir Energie, die Magma. Jaja, das meine ich ja. Glaube ich zumindest. So, fängt der jetzt schon an abzubauen? Der bau, das ziehe ich erstmal auf. Ja, okay. Ich habe noch die Würfelchen auf 0, Minecraft-Joule Output gestellt. Ja, dann... Können wir auch 5 oder so machen? Ja, mach jeweils 5. Der soll erstmal langsam abbauen. Das Problem ist, die liefern wir plus 4, Minecraft-Joule. Das heißt, die werden mehr leer als voll. Achso. Achso. Achso, die Magmatic-Engines liefern bloß 4. Oder wie? Ähm. Hm. Ja, von mir aus können wir noch ein paar... Weißt du, die Engines dran haben? Achso, du musst ja den Würfel von allen Seiten betreiben, ne? Ja, ja, eben. Und uns fehlen halt die Materialien noch für mehr... Okay. Haben wir echt keine Materialien mehr für Magmatic-Engines? Ne. Da brauchen wir das Ferris-Metal-Zeug. Oh, ja. Und das haben wir ziemlich wenig. Hm, wir könnten schon mal unsere Heuchte ein bisschen verschöner oder so. Könnt man machen. Sollen wir daraus eine Blockhütte in den Alpen bauen? Ja, zum Beispiel. Mit Einfluglöchern und Helikopterlandeplatz. Für dich und deine Mutter. Warte, ich muss mal kurz hier, ähm... Mein Jetpack wieder aufladen. Äh, das war beim... War das beim Blue? Ne, das war hier drüben beim Magmatic. Alles klar. Oh, ja, weiter, weiter. Ja, ich hab jetzt die Hälfte rausgeflogen. Ja, das sind 600.000 vorgeladen, also dem ja. Oh, den ja. Ähm, du kannst den, 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 den Nanos selber mal machen. Ja, ja, mach ich jetzt auch. Hatte ich schon letzte Aufnahme Session vor, so. Nanos. Was... Was brauche ich denn dafür nochmal? Die Dinger habe ich schon, glaube ich. Ja. Warte. Die Carbonplates habe ich schon vier. Energiekristall habe ich auch schon. Aber die sind noch leer bei mir, die Energiekristalle. Wie fülle ich die auf? Muss die nicht. Du kannst die einfach so verbauen. Dann kannst du das Schwert damit... Achso, okay. Okay, Advanced Alloy. Da brauche ich das Mixed Metal. Genau deswegen hatte ich jeweils sechs von den Mixed Metals. Da brauche ich das... Warte. Was brauche ich dafür nochmal? Mixed Metal. Ich brauche... Refined Iron, Bronze und Tin. Haben wir schon... Hab ich schon Bronze letzte Folge gemacht? Bronze. Dann müssen wir Pulver reißen. Ne, wir haben keine Bronze. War das Copper, was ich... Pulver reißen muss? Copper... Tin... Und... Was, was letzte? Dann Nano... Du, 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 du... Nanosaber... Du, 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 du... Nanosaber... Refined Iron war es. Das haben wir, glaube ich, noch, ja. Sechs Stück. Also, so wie es aussieht, musste ich... Farmen gehen mit den Mining Turtles. Echt? Wegen? Wegen? Wegen den letzten Magmatic Engines? Ja, okay. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ähm... Gerätisch könnte man so viel... Magmatic Turtles machen, dass du auch noch zwei hier machen kannst. Also zum Farmen ein bisschen, aber... So, wie kann ich jetzt nochmal Bronze herstellen? Ähm... Du musst die Pulver reißen. Entweder hier mit dem Messer Raider... Ja, aber ich... Mit dem Pulver Reißer. Wie kann ich Bronze herstellen? Das ist die Frage. Ja, du musst es halt... Copper das! Und... Okay. Okay, ich brauche... Ich brauche Pulver Reißen Tin und Pulver Reißen Copper. Brauche ich dafür. Ja, wir haben mehr Copper mehr, oder? Ja... Ja... Ich habe gerade die letzten 11 im Inventar. Und ich brauche 12, glaube ich. So, wo ist denn der... Macerator? Macerator... Oh, unser Extractor ist voll. So... Ja, wo soll ich denn den... Den Rubber hin tun? Ah, hier rein. Okay. So... Machen wir erstmal 5. So, was muss ich dann noch machen? Ich brauche 3 Copper Dust... Für 2 Bronze Dust und 1 Tin Dust. Okay. Haben wir noch Bronze irgendwo? Oh... Na... Mr. Nothing. Hm. Um... Stripline. So... So... 2... 3... 4... 3... 5... So... Warte mal kurz. Ich muss noch mal kurz meine... Grüne... Meinen grünen Rucksack aufmachen. Und jetzt wieder... Da röst mal drin. So... 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 Jetzt habe ich 5 von den Dingern... Ich brauche aber... Warte... Ich hoffe, du machst das gescheit. 2 Dusts... Ja, ja... Ich brauche theoretisch noch einen. So... Dann habe ich 6... 6 von den Dingern... Oh mein Gott... Ah... Okay... Okay... Und den Bronze... Blend habe ich jetzt nicht. Ich habe jetzt den Bronze Dust. Gut... Bronze Dust kann ich auch... Kann ich auch brennen. Ja, okay... Gut... Na komm schon... Komm her... Hä? Haben wir keine Energie mehr? Oh... Bad Box... Ähm... Ja, okay... Ich brauche noch mal kurz... Wir haben ja Lava... Lava mag genug... So... Brennst du mit Blue Electric? Nein, nicht brennen... Ähm... Macerator... Der ist leer... Kannst du unten... Den Pulverizer benutzen aber ja... Das ist furcht... Achso, der ist unten... Oh... Ist egal, wen du nimmst... Ja... So... Sechs von den Dingern... Jetzt gehe ich zum Blue Electric Furnace... Ja, okay... Brennt... Damit das auch mal benutzt wird hier... Oh... Scheiße... Ähm... Ich hätte gerne Bronze... Oh... Oh... Ich hab vergessen das zu... Na... Ich bin doof... Ich bin echt doof... Ich muss ja vorher das noch mit Zinn vermischen... So, wo wir... Warte, ich muss... Dann kann ich gleich nachschauen... Wo ist denn unser... Anderer... Der ist hier... Das ist jetzt... Pulverizer... Induction Smelter... Magma... Crucible... Und Liquid Transposer... Du meinst, das geht auch beim Pulverizer... Ja... Ich bin schnell da... Oh... Hast recht... Alter, ist das schnell... Aber der hat keine Energie mehr... Der braucht wieder Magma... Du kannst hinten in den Tank mit Eimern... Ähm... Bisschen Lava von oben abfüllen... Ja... Ich hab's gesehen... Und dann halt den... Anschmeißen... Aber so ein, zwei... Einmal reichen, ne? Jaja... Was uns explodiert die Scheiße wieder? Jaja... Der... Das Ding ist aus, oder? Der... Der... Ähm... Der... Okay... Der Pulverizer ist irgendwie leer... WTF? Hallo? Ah, das ist da rüber gewandert... Cool... Okay... Pulverized Copper... Jetzt muss ich das erstmal mit Zinn vermischen... Und zwar nicht mit irgendeinem Zinn... Sondern mit... Pulverized Zinn... Das kann ich da auch gleich machen... Und da fliegt nix in die Luft... So... Ja, doch wenn... Zu viel Energie drin ist... Ähm... Die Leitung halt rot... Und er spielt dann... Von zu... Äh... Lauer... Jetzt hab ich vier Bronze Dust... Und das muss ich jetzt wieder schmelzen... Hab ich jetzt... Vier Bronze... Oh mein Gott... Ja, dann brauchst du ein bisschen viel davon... Wir brauchen ein bisschen mehr Kupfer... Ich weiß aber... Ich bin grad mit Sui nach dem... Anderen Zeug... Aber ich find grad irgendwie keins mehr... Bronze oder... Oder... Was? Ferris Metal... So... Ah, okay... Bronze ist auch gern gesehen hier bei uns... So... Wo ist es denn hin? Ah, da... So... Haben wir wieder drei davon... So... Pulverized Tin haben wir auch noch... Jetzt haben wir schon mal... Sechs Bronze... 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 Sechs Stück... Nein... Jetzt haben wir mein Wasser vergessen... Okay... So... Dann haben wir das jetzt hier rein... Alles klar... So... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt sechs Bronze... Sechs Stück... Jetzt schauen wir nochmal beim Nano selber... Wieviel brauch ich davon nochmal... Nano... Mixed Metal... Dreimal Bronze... Okay... Ich hab genug... Ich hab sechs... Jetzt brauch ich zwei... Refined... Ja... Ich weiß... Das muss ich da noch in den Kompressor reinhauen... Aber ich bekomm ja... Pro... Mixed Metal zwei... Äh... Pro... Okay... Cool... Dreimal Zim... Dreimal Bronze... Dreimal Refined Iron... Das hab ich ja alles, oder? Ja... Gut... Und das muss ich jetzt im... Okay... Im Shaped Crafting... Was ist denn der? Shaped Crafting... Was ist der? Ähm... Shaped... Shaped... Okay... Vielleicht ist das ein ganz normaler Crafting Table... Mal schauen... Das war oben... Das war mittig... Das war unten... Ja... Das ist einfach das... Okay... Gut... Mixed Metal Ingalls... Soll ich gleich vier machen... Statt nur zwei... Hm... Alles was geht... Können wir wieder mal brauchen... Oder ich... Wir behalten es Bronze lieber... Ist mir egal... Ach so... So... Und das ist in... In den Kompressor rein... Wo haben wir denn einen Kompressor... Beim... Beim... Oben... Oben... Ich weiß nie ob das zu Blue Electric gehört... Zum normalen... Oder zum Magma... Weißt du nie... Wenn das ist das richtig... Ja... Kompressor... Nein... Ah... Da... Oder... Messel... Ah... Da... Kompressor... Oh... Das dauert aber lang... Oh... Da ist ein Krieg... Ah... Hat der noch Energie? Ja... Der hat noch Energie... Ah... Ich darf den Minerausgang... So... Glowstone habe ich auch noch... Oder? Glowstone sollten wir doch hier haben... Ja... Ist... So... Ah... Da... Davon brauche ich... Vier... So... Zwei davon... Okay... 3... 4... 5... 1... 2... 3... 1... Mixed Metal machen... Weil man braucht jetzt zwei von den Dingern... Warte... So... Refined Iron... Das da... Und... Bronze... So... 2... 2... 3... 4... 5... Haben wir das schon mal... Gut... Haben wir glaube ich jetzt alles... Glowstone... Drink... Käse... Das da... Die Dinger... Und die Kastanne... Gut... Ich habe glaube ich alles... Für zwei... Saver... Nanos... Saver... Einen könnte ich schon bauen... Ja... Macht durch... Einen habe ich... So... Und... Den nächsten habe ich auch... Warte... So... Zwei Nanos selber... Wo werden die jetzt aufgeladen? Beim Blue Electric? Ne... Nein... Beim... Ah... Okay... Beim... Tracking Bench... Okay... Gut... Kann ich beide gleich reinhauen... Und das sind One-Hit-Dinger? Ja... Wenn es auch ein Sinn... Aber die gehen auch ziemlich schnell... Ja... Bei uns... Ja... Bei der Energie... Sind beide voll... Kann ich dann später einmal schlagen... Nein... Danke... So... Darf ich einmal? Bist du Full-Live? Ähm... Wo ist das zweite Nanos selber hin? Das habe ich... Achso... Okay... Wie kann man die anmachen? Letzt-Click... So... Cool... Ach... Und da zieht es gleichzeitig Energie ab... Cool... Oh... Die gehen aber ganz schön schnell... Wenn man sie nur anhat... Ja... Darf ich den einmal schlagen? Ähm... Nein... Ich bin Level 30... Wenn ich mich verzaubert habe... Warte... Okay... Soll ich mich komplett nackt dann dafür machen... Oder soll... Okay... Meine... Meine Diamanten... Ey... Wenn du nackt bist, dann stirbst du... Okay... Ich verzauber schnell noch was... Was soll ich denn verzaubern? Ich mach dir eine Rüstung... Obwohl die brauchst du nicht mehr... Äh... Warum nicht? Eine Spitzhacke... Warum brauche ich keine Rüstung mehr? Wegen der Fahrrad-Armor... Ach ja genau... Und was soll ich denn sonst verzaubern? Pferde gibt's nicht... Ich verzauber mein Pferd... Es kann 50 Meter hoch hüpfen... Was kann man denn noch verzaubern? Jetzt erlaubieren... Ja Pferde gibt's ja nicht... Ähm... Deine Mutter! Zum Beispiel... Ja... Unser Felt wächst... Was hast du denn gehauen? Ein Skelett... One-Head... Alles klar... Wir sollten übrigens dann auch unseren Bauernhof verbessern... Erneuern... Mit Pipes... Und... Weil da sind ja überall die... Architekt-Table drin... Weil es ja die Dinger nicht mehr gibt... Wie heißen sie? Die Dropper... Dropper... Ja... Die gibt's ja nicht mehr... Gibt's eigentlich noch die... Die... Ähm... So... Wie... 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 So... Die... Die man über ne Kiste ähm... Platzieren kann damit die... Ne... Gibt's auch nicht mehr... Hopper... Hopper gibt's auch nicht mehr... Ne... Ich seh grad... Hopper gibt's auch nicht mehr... Weil da waren ja eigentlich hier Hopper... Hm... Finde ich doof... So... Genau... Verzaubern... Ich bin falsch... Was verzauber ich denn? Ah ja... Und unseren Stall wollte man ja auch verschieben... Und ne riesige... Massen-Tierhaltungs-Vernichtungsanlage... Bauen... Ja genau... Da hab ich ne... Kleine Idee... Wir könnten uns ähm... Mining Laser bauen... Mining Laser? Und den kann man sehr schnell Sachen abbauen... Okay... Kann ich ein... Ein verzaubertes Schwert nochmal verzaubern? Ne... Ne... Du kannst es äh... Bücher verzaubern... So... Dann kann ich mit Amboss nochmal... Zusammenhauen... Gibt's hier schon Amboss? Ja Ambosse gibt's schon oder? Wir sollten ja... Wir sollten ja... Hier sollten ja welche drinstehen... Ja okay... Hier gibt's die... Ähm... Bücher verzaubern... Aber ich hab hier noch... Ähm... Ich hätte noch... Von meiner Diamantrüstung... Ne Chestplate... Die ich grad verzaubern wollte... Und nen Helm... Kannst du das gerne machen... Ja okay... Aber ich... Aber ich... Wird mir ne Powered Armor holen... Protection 4 und Torns 2... Was auch immer das ist... Torn ist ähm... Dornen... Ah cool... Gut... Dann fehlt's noch der Helm... Ich hoffe, dass ich auf den Helm... Unter Wasser atmen bekomme... Okay... Der... Der Nanos Level ist echt geil... Hihihi... Okay... Suizido... Warte ich... Du ist grad nur Level 2... Du könntest mich einmal schlagen... Wenn du willst... Aber erst muss ich meine Sachen ablegen... Irgendwo... Okay... Das Ding ist geil... Geht aber schnell leer oder? Es geht... Da ist schon wieder eins... Ähm... Wieviel hast du noch an der Leiste? Mehr als dreiviertel ist es noch... Und ich hab schon ziemlich viele Viecher... Okay... Für... Die Monsterfalle unten... Würde ich aber trotzdem Eisenschwerter bevorzugen... Hehehe... Was ist das... Ihr lebt... Na der hat halt... Du kleines... Putzi-Schleimchen... Ne das töt' dich nicht... Hehehe... Aua... Der Fatsschaden... Ja... Ich... Ich lass... Was zum Leben... Ui... Ach hier bist du kleiner... So wie voll sind denn schon die Kisten hier... Irgendwie ist den Kisten noch nichts angekommen... Ja weil es erst mal aufbauen muss und alles... Oh mein Gott... Und es geht auch ziemlich langsam jetzt... Schätze ich mal... Weil wir noch wenig Energie haben... Hm... Dann würde ich sagen... In der nächsten Folge... In der nächsten Folge... Begeben wir uns nochmal in die tiefen Abgründe... Und suchen ein bisschen Bronze... Äh... Kupfer... Ne... Doch Kupfer... Nicht Bronze... Bronze ist das was man aus Kupfer macht... Und... Wir bedanken uns fürs Zuschauen... Und hoffen dass... Du... Auch beim nächsten Mal wieder einschalten wirst... Wenn es wieder heißt... Let's play Minecraft... Tag it... Mit dem Klaas... Tschüss zusammen... Und mir... Dem Hängerboy... Tschau Leute... Jawos... Wie... Nämlich... 思geons... Ne... Wie Thunde... Wenn hoch es止 lastly... Aber... Schmal... Schmal... lerne... Become ja... Schmal... Gäuke... Tamb 사진... Schul... L will... Schmalen... Taει... Shaome... Untertitelung des ZDF, 2020